Die Bayern sind sich wohl mit Supertalent Serginio Dest von Ajax einig, das berichtet die BILD. Der Rechtsverteidiger soll einen Vier-Jahres-Vertrag mit Option auf ein weiteres unterschreiben. Allerdings liegen die beiden Klubs bei der Ablöse offenbar noch weit auseinander. Die Niederländer sollen 20 Millionen plus 5 weiterer an Bonuszahlungen fordern. Der Rekordmeister will aber angeblich nur 10 Millionen plus Boni auf den Tisch legen. Derweil steht der Abschied von Javi Martinez aus München wohl unmittelbar bevor. Die Maka schreibt, dass der Defensivspieler wie erwartet zu Athletic Bilbao zurückkehrt. Die Ablöse liegt womöglich unter 10 Millionen Euro. Die Verträge müssen nur noch verfasst und unterschrieben werden. Mario Götze hat nach wie vor keinen neuen Verein. Bayer Leverkusen wird es sich auf jeden Fall nicht anschließen, sagte sein Ex-Coach Peter Bosch. Er könne es sich zwar vorstellen, nochmal mit Mario zusammenzuarbeiten, aber er glaube nicht, dass das noch in diesem Transfersommer passiere. Wir suchen momentan für eine andere Position, so Bosch. Götze ist seit Juli vereinslos.